Musik Die VR Classics in Neumünster und Paul Schockemöhle. Zwei größten Treffen aufeinander. 2009, ich war befreundet mit August Horn, dem vorhergehenden Veranstalter und der hat mich gebeten, das weiterzumachen und da war für mich eigentlich das relativ schnell klar, dass ich das machen würde. 25 Prüfungen, vier Disziplinen an vier Tagen und 69 Jahre Tradition. Das sind die VR Classics. Wir haben donnerstags schon auch eine ausverkaufte Showveranstaltung. Wenn man dann noch hier den Weltcup Dressur sieht, auch heute wieder mit hervorragenden Leistungen, dann glaube ich, kommen die Zuschauer schon gerne. Gerne und zahlreich, vor allen Dingen seit dem Umbau. Jetzt ist es alles freundlicher geworden, heller geworden. Shoppen, schlendern, schnacken. Die VR Classics als Komplett-Event. Man muss darüber nachdenken, wie man Familien für eine Veranstaltung interessiert und das geht natürlich auch nur dann, wenn man Familiengestaltung macht. Das heißt, den Eltern die Möglichkeit gibt, die Kinder abzugeben, jüngere Leute zu interessieren. Wir wollen ja gerade im Reitsport versuchen, auch das Publikum zu verjüngen. Paul Schockemöhle, vom Top-Sportler zum Top-Organisator. Was genau macht er an den vier Turniertagen? Möglichst wenig. Wenn ich auf dem Turnier noch viel organisieren muss, dann habe ich meine Hausarbeit nicht gemacht. Und die macht meine Frau, die das eigentlich hier organisiert und betreut, doch sehr, sehr gut. Treffpunkt Holstenhalle. Für Reiter, Züchter, Trainer, Fans. Für uns Insider eigentlich unmöglich, hier durch die Halle zu gehen, ohne dass ich 30 oder 40 Bekannte treffe. Holsteiner sind Pferdeleute, durch und durch. Für Paul Schockemöhle haben sie Weltstatus. Ich glaube, auf keinem Turnier der Welt wirklich so fachkundig sind wie hier. Moderner, vielfältiger, spannender. Alles entwickelt sich, aber eins bleibt auch hier immer gleich. Ja, ich bin sicher der schnellste Nuller im schlechten Gewinn. Paul Schockemöhle und die VR Classics. Im Team für den Pferdesport. Okay. Und dann? Vielen Dank.